Österreichs einziges Business-TV mit allen aktuellen Wirtschaftsstories, mit allen Börsenkursen. Live. Business-TV. Nur auf OE24 TV. Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, zu Ihrem neuen Wirtschaftsmagazin Business Live hier auf OE24 TV. Wir machen alles, was mit Wirtschaft zu tun hat und lassen Ihre Wirtschaftsherzen hoffentlich höher schlagen. Und das sind die ersten Breaking News für Sie. Die EU, die plant ja derzeit, ein Öl-Embargo gegen Russland einzuführen. Österreich bezieht ca. 7% des Ölverbrauchs. Aus Russland. Energieministerin Leonor Gewessler hat aber inzwischen schon angekündigt, dass Österreich dieses Embargo voll mittragen werde und das russische Öl ersetzen kann. Eine rote Linie wäre allerdings für die Regierung ein Gas-Embargo. Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen weiter konsequent ab. Ein Gas-Embargo wäre für Österreich sogar eine klare rote Linie, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck den Zeitungen der Funke-Gruppe. Man dürfe keine entsprechenden Signale senden, wenn man es nicht durchhalten könne. Und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können, ergänzte Schramböck. Es gäbe ein klares Nein von Österreich und auch Deutschland, weil ein Embargo mehr Schaden als nützen würde. Auf Gaslieferungen aus den für Deutschland vorgesehenen Speichern wie etwa in Haidach werde Deutschland künftig nicht rechnen können. Man könne mit österreichischem Steuergeld Vorsorge für die Speichertreffen, die dem österreichischen Bedarf dienen würden. Aber man könne nicht mit österreichischem Steuergeld Gas für Deutschland, Frankreich oder die Niederlande kaufen, so Schramböck. Der zu Gazprom gehörende Speicher in Haidach sei derzeit fast leer. Österreich lege beim Befüllen der Speicher den Fokus zunächst auf den heimischen Bedarf. Das Ziel sei es, die Speicher von derzeit 18 auf 80 Prozent aufzufüllen. Schramböck schlug vor, dass die EU bei der Gasförderung auch auf Fracking setzen sollte. Es gäbe Methoden, um Schiefergas umweltfreundlich zu fördern. Man dürfe sich nicht verschließen und mit dem technologischen Stand von vor 20 Jahren argumentieren. Die Technologie habe sich weiterentwickelt. Zudem brauche man mittelfristig neue Partnerschaften, etwa mit Saudi-Arabien für Solarenergie und Wasserstoff. Der schreckliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Ukraine gilt ja als die Kornkammer Europas und jetzt gibt es immer wieder Probleme mit der Logistik. Heute sind in Wien circa 1400 Tonnen Tierfutter wie zum Beispiel Mais eingetroffen. Landwirtschaftsministerin Köstinger, die möchte Österreich langfristig zur Drehscheibe für Rohstofflieferungen aus der Ukraine machen. David Hemmermeng berichtet. Die Ukraine, die ist die Kornkammer Europas, doch seit Ausbruch des Krieges können tausende Tonnen Getreide nicht mehr exportiert werden. Heute gab es allerdings gute Nachrichten, denn hier hinter mir sehen wir schon den Zug mit den Getreidelieferungen, der hier nach Österreich gebracht wurde. Elisabeth Köstinger, die zuständige Landwirtschaftsministerin in Österreich, die sich ja auch in der Vergangenheit schon für grüne Korridore ausgesprochen hat. Die zeigt sich ebenso erfreut wie ÖBB-Chef Mathe über diese Lieferungen. Andere Staaten könnten bald folgen, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es gab ja auch Gespräche mit dem zuständigen EU-Agrarminister. Seit Ausbruch des Krieges haben ja viele Häfen mit Problemen zu kämpfen, da Getreidelieferungen und das sind einige hundert Tonnen Getreide nicht mehr aus dem Land gebracht werden können. Zahlreiche Staaten sind davon abhängig, vor allem jene in Nordafrika, die benötigen hier das Getreide wirklich wie jeden Bissen Brot. Aber auch in der Ukraine selbst ist natürlich die Situation sehr angespannt, wie auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hier bekannt gegeben hat. Eine gute Nachricht ist jedenfalls die Lieferung heute. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Und der Krieg, der wirkt sich natürlich auch auf die Inflation aus. Die Experten der österreichischen Nationalbank, die haben heute ihre Prognose für heuer nach oben korrigiert. Man rechnet mit einer Inflation von bis zu 9 Prozent. Eben Grund dafür sind der Ukraine-Krieg und drohende Gasengpässe. Und dann hat die ÖNB heute noch mitgeteilt, dass Österreichs Leistungsbilanz 2021 erstmals negativ ausfällt. Auch das sind keine guten Nachrichten. Grund sind da der eingebrochene Reiseverkehr aufgrund der Pandemie sowie die stark verteuerten Energieimporte. Hoffen wir, dass es bei der Börse Positives zu berichten gibt. Wir schauen drauf. Vorab eine Nachricht zur Straba. Clemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim börsennotierten Bauriesen. Er übernimmt ab dem 1. Jänner nächsten Jahres. Und jetzt schauen wir auf den ATX. Wir sehen, wir stehen bei minus 0,04 Prozent. Das ist wie immer die gestrige Tagesentwicklung. Das die heutige Handelsentwicklung. Wir sehen ja relativ stabil aktuell. Wir stehen bei 3.150,11 Punkten. Schauen wir auf die Gewinner bis jetzt. Schöller-Bleckmann, der Ölfeld-Ausrüster. Plus 3,31 Prozent. Verbund, die haben sich nach dem Schock gestern, da ging es 13 Prozentpunkte runter. Leicht erholt, plus 1,81 Prozent. Für Stalpiner als energieintensive Industrie. Auch im Plus auf Platz 3 unserer Top-Liste. Plus 0,76 Prozent. Und dann schauen wir auf die Verliererliste. Meier-Mehl-Nov-Karton, minus 2,67 Prozent. Die österreichische Post, minus 2,20 Prozent. AT&S, minus 2,03 Prozent. Auf 4 finden wir Lenzing, den Faserhersteller aus dem Rohstoff Holz macht der Fasern. Hatte ein erfolgreiches erstes Quartal. Aktuell heute minus, minus 2 Prozent. Wir müssen noch kurz reden über Verbund und EVN. Da sind gestern Unmengen an Geld vernichtet worden an der Börse. Und zwar 5,4 Milliarden Euro Börsenwert sind gestern vernichtet worden von den teilstaatlichen Stromversorgern Verbund und EVN. Und als Grund gilt da die Aussage von Karl Nehmer, unserem Bundeskanzler, der laut darüber nachgedacht hat, deren Gewinne abzuschöpfen. Es wurden 5,4 Milliarden Euro Börsenwert mal eben weggeredet. Ja, einmal schlucken und dann geht's weiter zum DAX. Jede Stunde live auf Business TV. Der aktuelle Blick auf den DAX und die Börse Frankfurt. Börse live. Blicken wir auf den DAX. Was hat sich da im Laufe des Tages getan? Wir stehen bei minus 1,11 Prozent. Gestern ist der DAX ja wieder unter die magische 14.000 Punkte Marke gefallen. Und heute sieht es nicht viel besser aus. Zumindest sieht es nicht so aus, als wenn es wieder hoch geht. Wir stehen bei minus 1,54,06 Punkten. Hier sehen Sie den heutigen Tagesverlauf. Das der gestrige Handel. Schauen wir auf die Gewinner. Mercedes, Henkel und RWE. Mercedes plus 2,35 Prozent. Mercedes veräußert ja, verkauft ja seine Carsharing-Sparte zusammen mit BMW. Henkel plus 2,30 Prozent. RWE, der Energiekonzern plus 2,19 Prozent. BMW, eben schon erwähnt, die verkaufen die Carsharing-Spalte. Und BASF auf Platz 5, der Top 5. Und wir kommen zu den Verlierern. Adidas, Simrise, Zalando, Vonovia, HelloFresh. Adidas öfter in den roten Zahlen zuletzt. Minus 6,28 Prozent. Simrise minus 4,51 Prozent. Und Zalando, da haben wir drüber berichtet gestern. Das erste Quartal von Zalando war alles andere als erfolgreich. Minus 3,48 Prozent. Vonovia, das Immobilienunternehmen aus Bochum, minus 3,14 Prozent. HelloFresh, ein guter alter Bekannter auf der Minusliste. Aber diesmal nur auf Platz 5, minus 2,97 Prozent. Und jetzt schauen wir nach New York. An der Wall Street, da ist es noch relativ ruhig. Der Grund ist, da geht es erst um 15.30 Uhr unserer Zeit so richtig los mit dem Handel. Das, was Sie hier sehen, das ist der vorbörsliche Handel. Und auch der ist im roten Bereich. Wir stehen bei minus 0,31 Prozent. Schauen wir auf die Gewinner der Vorbörse. In der Tat gibt es eigentlich nur einen Gewinner. Sie sehen, die Plätze 2 bis 5 sind schon im roten Bereich. Aber wir werden nicht nervös, denn da geht es ja erst richtig los. Schauen wir auf die Verliererliste. Nike, Walt Disney, Intel Corporation. Das sind die drei mit den meisten Verlusten. Nike minus 1,70 Prozent. Walt Disney minus 0,77. Und Intel Corporation minus 0,71 Prozent. Und das war unser erster Blick auf die Börse. Wir kommen später nochmal dazu. Jetzt habe ich aber erst mal weitere Breaking News für Sie. Nicht ganz so gut sieht es aus in der Türkei. Da erreicht die Inflation Top-Werte bis zu 70 Prozent. Paul Biegel berichtet. In der Türkei zieht die Inflation auf sehr hohem Niveau weiter an. Im April stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 70 Prozent, wie das Statistikamt in Ankara nun bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 68 Prozent gerechnet. Im März hatte die Inflationsrate noch bei rund 61 Prozent gelegen. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise im April um 7,25 Prozent. Wie erheblich der Preisdruck auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen ist, zeigen die Erzeugerpreise. Sie stiegen im April um gut 121 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat nach knapp 115 Prozent im März. Die Erzeugerpreise liegen also mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Die Herstellerpreise beeinflussen die Lebenshaltungskosten der Verbraucher in der Regel mittelbar und mit Zeitverzug. Die Inflationsrate in der Türkei wird durch mehrere Faktoren getrieben. Seit längerem sorgt die schwache Landeswährung Lira für erheblichen Preisauftrieb, da in die Türkei importierte Güter dadurch verteuert werden. Hinzu kommen erhebliche Probleme in den internationalen Lieferketten, die etwa Vorprodukte teurer werden lassen. Auch steigen die Preise vieler Rohstoffe, nicht zuletzt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die türkische Notenbank stemmt sich gegen die Entwicklung nicht mit Zinsanhebungen, sondern hat die Zinsen trotz hoher Inflationsraten sogar gesenkt. Irgendwie überall das Gleiche. Wir geben ab in eine kurze Werbepause und dann beschäftigen wir uns natürlich noch ausführlich mit der Teuerung in Österreich und den Energiekosten. Bis gleich. Live von der Wiener Börse. Österreichs einziges Business-CV. Mit allen aktuellen Wirtschaftsstories, mit allen Börsenkursen. Live. Business-CV. Nur auf oe24.tv. Ich wünsche Ihnen, dass Sie uns treu geblieben sind. Wir kommen zu unserer Top-Story. Die Business-Top-Story. Oe24 Plus. Business. Was könnte es anderes sein als die Teuerung? Die Inflation, die steht aktuell bei uns in Österreich bei 7,2 Prozent laut Schnellnetzung der Statistik Austria. Kleiner Zungenbrecher. Was kann man dagegen tun? Wie muss gehandelt werden? SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die hat heute dazu Stellung bezogen. Heute müssen wir sagen, die Europäische Union steht vor riesigen Herausforderungen. Vielleicht die größte Herausforderung seit der Gründung überhaupt. Russland führt einen schrecklichen Angriffskrieg gegen ein souveränes, gegen ein freies Land, die Ukraine. Wir haben das von Anfang an aufs Schärfste verurteilt. Und klar ist, dass dieses freie, souveräne Land, die Ukraine, in dieser Situation Unterstützung braucht. Unterstützung seitens der Europäischen Union, aber natürlich demnach auch Unterstützung seitens Österreichs. Und Österreich hat in Folge und richtigerweise konsequent auch die Sanktionen der Europäischen Union von Anfang an gegen den Aggressor Russland mitgetragen. Und es ist auch richtig, dass Österreich jetzt aktuell, wie wir gestern gehört haben, sich bereit erklärt hat, einen weiteren finanziellen Beitrag für die Ukraine zu leisten. Das sind die Möglichkeiten, die ein neutrales Land wie Österreich gerade in so einer Situation zur Verfügung hat. Das ist ganz wichtig und an allererster Stelle die humanitäre Hilfe, die hier im Mittelpunkt stehen muss. Sei es in der Ukraine, in den Nachbarländern der Ukraine, aber natürlich auch in Österreich, wenn es um geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer geht. Die finanzielle Hilfe für das Land und natürlich auch unsere diplomatischen Bemühungen Richtung Frieden. Die Situation und die Entwicklung allerdings der letzten Tage und Wochen, was diesen Konflikt betrifft, sind mehr als besorgniserregend. Das muss man so sagen, wie es ist. Und was sehen wir, was beobachten wir in diesen letzten Wochen, abgesehen von schrecklichen Kriegsgeschehen? Seit Wochen wird in Europa darüber geredet, darüber diskutiert, welche Art von Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen. Welche Art der militärischen Unterstützung die Ukraine bekommen soll. Ist es überraschend, dass die Ukraine dieses Bedürfnis hat nach Waffen und militärischer Unterstützung in so einem militärischen Konflikt? Natürlich nicht. Es ist allzu verständlich, dass die Ukraine, die hier angegriffen wurde von Russland und noch immer angegriffen wird, dass sie das Bedürfnis hat, hier nach militärischer Unterstützung des Westens. Aber, was mir in diesen letzten Tagen und Wochen gefehlt hat, ist eine zentrale Frage. Nämlich die Frage, wie man diesen Krieg beenden kann. Diese Frage, diese Diskussion ist mir und uns in den letzten Tagen und Wochen auf der europäischen Ebene zu kurz gekommen. Die Frage, welche Anstrengungen, europäische Anstrengungen man unternehmen kann, diesen Krieg auch ohne Waffen so schnell wie möglich zu beenden. Das Töten, das Leid so schnell wie möglich in der Ukraine zu beenden. Und auch jetzt dieser Tage redet man über ein neues Sanktionenpaket. Das ist das sechste Sanktionenpaket Europas. Und ich sage auch hier dazu, es ist richtig, dieses Sanktionenpaket zu schnüren und wir unterstützen das auch. Aber die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer müssen sich darüber hinaus auch zur Aufgabe machen, dieselbe Energie, dieselbe Anstrengung und vor allem auch dieselbe Intensität an den Tag zu legen, wenn es darum geht, einen Beitrag zu leisten, damit der Friede in Europa wieder möglich ist. Das muss das Ziel sein. Und das muss ergänzend zu allen laufenden Maßnahmen und Sanktionspaketen oder Waffenunterstützungen seitens der Europäischen Union erfolgen. Denn was ist die Alternative, wenn wir diese Anstrengung zu einer Friedensschaffung nicht unternehmen? Pamela Rendi-Wagner mit einer klaren Meinung zu Ja zum Frieden und Ja, alles muss dafür getan werden. Und es gab auch ein Ja zum Sanktionspaket und geplanten Öl-Embargo. Und jetzt machen wir einen Schwenk rüber zur FPÖ. Da wurde heute der Vier-Punkte-Plan zur Neuaufstellung von Wiener Wohnen präsentiert. Lassen wir mich damit beginnen, warum es diese Neuaufstellung braucht. Der Wiener Gemeindebau ist das Tafelsilber und das wertvollste Tafelsilber dieser Stadt. Es sind circa 220.000 Wohnungen als historisches Erbe eigentlich des Roten Wiens. Die Wiener SPÖ hat dieses historische Erbe allerdings komplett verfallen lassen. Und es hat sich gebildet ein Bermudadreieck aus Sanierungsstau, aus Korruption und Sozialdemokratie. Und in diesem Bermudadreieck verschwindet einfach wahllos Geld. Lassen wir mich beginnen mit dem Sanierungsstau. Wir haben es eh schon öfters auch darüber berichtet, dass aufgrund eines Prüfansuchen des Bundesrechnungshofs von uns dieser dramatische Verfall des Wiener Gemeindebaus aufgezeigt wurde. Es wurde ein Sanierungsstau von 5 Milliarden Euro attestiert. Das heißt, rund drei Viertel der Gemeindewohnungen sind sanierungsbedürftig. Das heißt, rund 150.000 Wohnungen in Wien im Wiener Gemeindebau sind sanierungsbedürftig. Und dort gibt es kein lebenswertes Wohnen. Und was der Bundesrechnungshof ja auch festgestellt hat, ist, dass nur 45 Prozent der Sanierungsquote erreicht wird. Was heißt das? Dass ein Sanierungszyklus einer Gemeindewohnung 70 Jahre dauert. Das heißt, alle 70 Jahre wird erst eine Gemeindewohnung saniert. Und man ist von dem Ziel, alle 30 bis 35 Jahre eine Komplettsanierung zu machen, weit entfernt. Das heißt, man lässt einfach hier 500.000 Gemeindebaubewohner auch wahllos und schamlos im Stich. Was macht die Regierung? Die Regierung hat zwar in ihrem Koalitionsainkommen hineingeschrieben, dass dieser Sanierungsstau behoben werden muss. Allerdings lediglich nur mit einem Zehntel des notwendigen Volumens. Das heißt, dass auch hier dieses Regierungsprogramm von Rot und Pink eigentlich ein Dokument des Scheiterns ist. Michael Ludwig, jetzt Bürgermeister, damals Wohnbaustadtrat, hat diese katastrophale Situation ja unmittelbar mit zu verantworten. Und er kann sich auch nicht wegducken. Und es ist ja auch schon bezeichnend, dass es zwischen Bund und Wien, also zwischen dem SPÖ-Bund und SPÖ-Wien, es hier komplette verschiedene Linien gibt, was auch hier die Mieterhöhung im Gemeindebau betrifft. Die Frau Rendi-Wagner als Bundesvorsitzende meint, der Richtwertmietzins gehört nicht erhöht. Gleichzeitig erhöht aber Bürgermeister Ludwig den Richtwertmietzins im Gemeindebau. Davon sind 80.000 Wohnungen betroffen. Das sind stolze 26 Millionen Mehreinnahmen hier für die Stadt Wien. Das heißt, auf der einen Seite will man die Mieten nicht erhöhen, auf der Bundesseite der SPÖ. Und die Wiener SPÖ erhöht hier schamlos. Es gibt auch noch andere Beispiele, wie Dreiskirchen, wo es ja auch einen roten Bürgermeister gibt, der hat diese Erhöhung nicht umgesetzt. Unser konsequenter Weg für ein besseres Wohnen und billigeres Wohnen in Wien, vor allem im Gemeindebau, haben wir eben dieses Vier-Punkte-Programm entwickelt. Das ist erstens Schluss mit Korruption. Wiener Wohnen muss durch das Wirtschaftsministerium beaufsichtigt werden. Zweitens, Wiener Wohnen wird zu einer reinen Besitzholding umgewandelt und die Verwaltung des Bestandes passiert durch die Wiener gemeinnützigen Bauvereinigungen. Drittens, Wiener Wohnen darf nicht länger teurer sein als Wohnungsgenossenschaften. Und viertens, streichen der Inseratengelder von Wiener Wohnen, weil niemand einzieht, warum man etwas bewerben muss, was sowieso schon knapp ist, nämlich leistbares Wohnen und hier schon zigtausende Menschen endlich auf eine Gemeindewohnung warten. Soweit die Ansichten von Dominik Nepp, Vizebürgermeister der Stadt Wien. Kommen wir noch mal zurück zu den Energiekosten. Plus 42 Prozent heißt es da für österreichische Haushalte im März. Entlastung gibt es kaum. Auch der Energiegutschein, der macht Probleme. David Hermann-Meng. Vier Millionen Haushalte in Österreich haben in dieser Woche bereits den Energiekostengutschein bekommen. Um ein 150 Euro soll es dafür geben. Allerdings ist dieses Projekt immer mehr zu einer Farce verkommen. Warum? Für fast 40 Prozent der Haushalte ist die Situation momentan so, dass der Gutschein erst im kommenden Jahr eingelöst werden kann. Das hat mit der Stromabrechnung zu tun. Zudem kommen noch horrende Kosten, die hier mit der technischen Umsetzung verbunden sind. Denn fast 30 Millionen Euro werden alleine insgesamt für dieses Projekt budgetiert. Hinzu kommen dann noch 7,5 Millionen Euro Aufwandsentschädigung für die Stromanbieter. Und die dürfen sich zusätzlich noch um 1,5 Millionen Euro für die technische Umsetzung freuen. Dass diese technische Umsetzung zuletzt nicht immer reibungslos funktioniert hat, hat auch die Homepage gezeigt. Die kostet immerhin wohlfeile 350.000 Euro. Doch zuletzt hat man hier auch mit Problemen zu kämpfen gehabt. Ja, das Projekt, das unter anderem ja auch von Finanzminister Magnus Brunner hier aus der Taufe gehoben wurde, das gerät immer mehr zu Brunners Bauchfleckbonus und erzeugt ordentlich Bauchweh bei den Menschen in Österreich, die diesen Bonus gerade in Zeiten steigender Energiekosten jetzt ganz dringend brauchen und nicht erst im nächsten Jahr. Wir sind im Endspurt der Sendung und spurten nochmal durch die Börsen. Aktuell der ATX plus 0,12 Prozent. Hier die heutige Handelsentwicklung. Relativ stabil. Und jetzt geht's zum DAX. Was hat sich in den letzten Minuten getan beim DAX? Es geht, Sie sehen es hier mit viel Optimismus bergauf. Minus 0,95 Prozent aktuell. Und noch schnell nach New York. Da sind wir noch im vorbörslichen Handel und wir stehen bei minus 0,10 Prozent. Hier die Kurve. Los geht's in New York um 15.30 Uhr unserer Zeit. Und jetzt noch schnell die Euro-Wechselkurse. Der Euro hat zuletzt ein bisschen verloren. Heute sehen wir aber überall Pluswerte. Besonders bemerkenswert. Für einen Euro gibt es 71,78 Rubel. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent. In den letzten Tagen hatte der Euro immer im Gegensatz zum Rubel verloren. Und jetzt kommen wir noch zum Gold. Die Fein und zu Gold gibt es aktuell für 1.781,75 Euro. Das ist ein Plus. Hier sehen Sie die Tagesentwicklung. Und das war die erste Business-Live-Sendung für heute. Ich würde mich total freuen, wenn Sie um 17.30 Uhr wieder mit dabei sind. Da haben wir wieder alle aktuellen Updates für Sie. Bis dahin. Alles Liebe.